Wiegen Um abzunehmen, ist es wichtig, sich regelmäßig zu wiegen. Anstrengen Er musste sich sehr anstrengen, um den Berg zu besteigen. Er musste sich sehr anstrengen, um den Berg zu besteigen. Begegnen Manchmal kann man überraschend alten Freunden begegnen. Werfen Sie wird die Münze in den Brunnen werfen und sich etwas wünschen. Konfiszieren Die Polizei wird das gestohlene Auto konfiszieren. Die Polizei wird das gestohlene Auto konfiszieren. Versprechen Promise Der Politiker versprach, die Probleme im Land anzugehen. Der Politiker versprach, die Probleme im Land anzugehen. Trocknen Dry Die Sonne wird die Wäsche im Garten trocknen. Die Sonne wird die Wäsche im Garten trocknen. Die Sonne wird die Wäsche im Garten trocknen. Lösen Solve Das Puzzle war schwierig, aber ich konnte es lösen. Das Puzzle war schwierig, aber ich konnte es lösen. Erhöhen Increase Der Chef hat beschlossen, die Gehälter zu erhöhen. Der Chef hat beschlossen, die Gehälter zu erhöhen. Einweisen Admit Der Arzt wird den Patienten ins Krankenhaus einweisen. Einziehen Mühen Bevor du einziehst, musst du den Mietvertrag unterschreiben. Stehlen Steal Es ist illegal, Eigentum von anderen zu stehlen. Es ist illegal, Eigentum von anderen zu stehlen. Auffallen Standout Der Künstler wollte mit seinem Gemälde auffallen. Der Künstler wollte mit seinem Gemälde auffallen. Der Künstler wollte mit seinem Gemälde auffallen. Siegen Win Das Team wird hoffentlich im nächsten Spiel siegen. Das Team wird hoffentlich im nächsten Spiel siegen. Das Team wird hoffentlich im nächsten Spiel siegen. Anbrennen Burn Achte darauf, dass das Essen nicht anbrennt. Achte darauf, dass das Essen nicht anbrennt. Achte darauf, dass das Essen nicht anbrennt. Töten Kill Jäger dürfen nur bestimmte Tiere töten, um die Population zu regulieren. Jäger dürfen nur bestimmte Tiere töten, um die Population zu regulieren. Gehören Gehören Das Buch gehört mir. Das Buch gehört mir. Das Buch gehört mir. Überweisen Transfer Ich werde dir das Geld heute überweisen. Ich werde dir das Geld heute überweisen. Ich werde dir das Geld heute überweisen. Stellen Place Bitte stellen Sie die Blumen auf den Tisch. Bitte stellen Sie die Blumen auf den Tisch. Bitte stellen Sie die Blumen auf den Tisch. Zerstören Destroy Ein Erdbeben kann Gebäude und Infrastruktur zerstören. Ein Erdbeben kann Gebäude und Infrastruktur zerstören. Ein Erdbeben kann Gebäude und Infrastruktur zerstören. Untertitel